Hallo, hallo, willkommen zu meinem YouTube-Channel wieder. Mein Name ist Elisabeth und wenn du hier noch nicht gewusst bist, hast du mich noch nicht getroffen, dann wird dies auch willkommen heute. Wenn du hier überall gewusst bist, dann willkommen zurück. Ich will von dir, dass du Dinge versorgen. Ich weiß noch nicht genau, wo du kommst, und wo wasser Dinge versorgen, fand ich auch, dass wir ein Grönhaus sind. Und das war Nummer eins, wann du was kettchen gehen. Und das war dann Nummer zwei. Und so, wo wir eigentlich, was Dinge versorgen, dort ist wir in der Fange unter Wosen, und mein Garten ist auch noch nicht röd. So, ich habe mir diese Blumen gekauft. Und ich habe, actually, ich habe mir ein paar verschiedene Blumen gekauft, und ich habe mir auch sieppeln gekauft. Die hat eigentlich noch Bären. Aber, anyways, ich habe diese Balben hier, und ich kann sagen, das war großartig. Und ich kann sagen, das war großartig. Und ich habe kein Blumen, aber hier ist alles. Und das ist lustig, weil ich nicht aufgemacht habe. Und so, anyways, ich habe das versorgen. Und meine Säplen sagen, ich habe versorgen. Und dann, wir wollen sagen, was das war schoffen. Ich habe gesagt, ich habe mir auch gemacht. Und dann, wo ich hier mal meine Balben ansaue. Und ich hoffe, ich habe hier mal meine Balben ansaue. Ich hoffe, ich habe wirklich so, die waren bloß fanbleiben bei den Wosen. Und dann, wo ich hier mal meine Balben ansaue. Ich hoffe, ich habe auch meine Balen ansaue. Und dann, wo ich jetzt diesen Bären ansaue. Und dann, und dann, und dann, und ich werde hier die Nehmesaten. Und dann, und dann mit Buttern abgeben. Und dann, und dann, und die Wossen. Ich leide später aus, weil ich das nur in der Lösch laut. Und dann, ich würde mir diese einmal, die würde mir einmal das aufdrehen. Und dann, ich würde mir die nicht wissen, weil ich schon im Sommer essen. Ich wollte auch hier einen Blumen haben, gleich einmal grünlich so ein Blumen zu haben. Ich weiß nicht, wie gut die das sein können, aber jetzt war ich das auch. Und dann wollte ich mir da ein paar teilen, dass ich weiß, wie ich das sehe. Und dann muss ich sagen, was das wird getan. Ich hätte manche Ehrschäfen bloß grünlich so sein, dass ich das Fleisch haben sollte. Und so ging aber auch, wo die nicht mehr haben. Wenn die in die Lüschwassen, dann gibt es so ein gutes Zehn. Ein gutes Zehn, das die waren Fehnwassen, so. So, ja, ich war... Na, ja, die kriegen noch Warteln. Weiß nicht, das ist er noch da. Ich habe es dann hier in der Garage. Und so... Ich würde das mal aufhören. Vielleicht machen die auch alle, Sie. Den hohe, als der Bub in die Wassen geworsten, die tut er auf. Yikes. Okay, anyways. Ich habe die aufgeschaut, Fred, mir gedacht, aufgeschaut, weil sie vielleicht auch in irgendeinem geworsten sind. So, anyways. Jetzt würde ich hier nur eine Soze haben. Das sind acht Bauben in einem Park. So, das sind Begonias. So, ich muss sagen, wo. Ich lege so sehr, ihr Begonias. Und ich lege doch. Bloß, eben, wenn die Hand für den Winter, ich komme, wo euer so eine Stühle steht. Und das sagt, das muss so wirklich so ein Schmack. Sie, die Wurst auch. Oh, ja. Wie waren uns schmacken Blumensaaten. Huh, das wird uns schein gehen. Ha, ja. Und esst du bloß eine, oh, ja. Sagst du bloß eine? Na, ja. Dann haben wir bloß eine Begonia. Aber, ja. Und du weißt, was das sagt. Und es ist nur noch ein Grote Ball. So, das Koffel ist, ist, dass die Koffel ist, ganz voll. Und ich. Und ich. Es ist ein bisschen hart. Und hier. Und hier. Und Koffels. Ich schau mir immer, und Koffel, dass die Koffel ist. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. So. So. So, ja. Ich hatte bloß Krocken. Ere Ehrgezart. Und dann. Ich glaube, ich muss das auch sein. Aber, anyways. Das war die Koffel. Und ich war die. Und dann. 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 wo beide warbosen. Okay, so nu habe ich meinen Gashen geholt, und meine Wälder, die Küffels, mit dort und Ola boven. Und so, ich glaube dort alles, was ich von dir habe, weil meine Tüte ist so hart von dir. Ich habe von dir auch grünlich gesagt, dass ich viel zu tun habe. Aber anyways, mir fehlt ein Klima-Mann, Tobi hier. Die haben dort immer ja Ola gesagt, und ich dachte, ich höre Ola. Aber es ist dort echt gut mehr. Und ich glaube, ich habe mich nicht da bereit gemerkt, dass ich mit meinen Zipplen versaten werde, weil ich dort in der Garage bin. Aber ich freue mich da so, dass ich dort in der Tüte sahen habe. Und von dir habe ich dann bloß die Balken gesagt, in der Reboba. Und ich habe den Reboba, so dass die Schmacken bläht, ich habe es all dafür gestärkt. Und ich habe es geteckt, wenn eine Balken aus dem Loch gekommen ist. Und das ist meine Begonia. So, hoffentlich. Der wird kurz so ein blähen, und das wird die hier im Bild wiesen. Ich habe mich die Jahre in den Kopf, aber wir sollen bloß zusammen blähen. und ich habe mich wieder zu schuld. Und die E-Banksektin hat hinein geholt. Die ging bloß dort. Und ich habe mich auch Knibasch hinein geholt. Von dem Garten. Und so, da wird mich auch sehr verdorben. Aber anyways. Ich glaube, das ist, was ich von dir war. Ich habe noch einen Plan versagen. Aber da wird die Leute machen. So, dann werde ich meine Keckel vorgegeben. Ich habe den Reis abgekehrt. Und so, der eine ist auch ein bisschen krank. So, dann werde ich den Reis gekehrt. Und dann wollte ich es dort verdorben. So, dann werde ich den Reis machen. Aber ja. Lutschein gehen. Ich möchte Gott den wirklich sehen. Mein Tag ist auch gut angekommen. Und erstmals öffnen. Aber wie ein Saarfaller Tag. Und so. Ja. Ich freue mich, wieder Videos zu machen. Und wieder Garten zu machen. So. Ich möchte sagen, das wird alles für mich geworden sein. So. Anyways. Ich möchte Gott den Sehnen. Wenn ihr gleich sehen. Schreibt es wieder. Und gebt mir einen Daumen nach. Wenn du dich interessiert bist. Oder du hast irgendeine Freude. Schreibt mir in den Kommentaren. Und schreibt es in den Kommentaren. Und wenn du oben hast. Wird mir das fair sein. Solange es das vernünftig ist. Oder was helftvoll ist. Wird mir behauptet. Dann werde ich gerne von dir. Wird hier. So. Abfahrer sein. Det neuerhaft sein. Dasіт.